Hey Freunde, warum ihr euch alle sicherlich fragt, ist, äh, was jetzt wirklich als Abo-Special kommen soll. Ähm, ich hab tatsächlich schon selber jetzt ein bisschen Bekanntschaft gemacht. Ist echt eine nice Gegend hier. Ähm, also ich zeig euch jetzt so ein bisschen. Hier sind Hasen auch drin. Aber ich zeig euch jetzt erstmal so ein bisschen hier die Landschaft. Wenn ihr wollt, dass ich hier so ein bisschen zeige, was hier alles abgeht, dann lasst mir gerne ein Like da. Und kommentiert es gerne, ob ihr hier sehen wollt, was es hier gibt. Genau, ich muss das leider alles hier mit dem Handy aufnehmen. Deswegen Hashtag auch Rap in die Kommentare. Genau, ähm, also was diese Woche hier alles kommen wird, ist erstmal das Abo-Special. Ich werde das euch tatsächlich heute schon sagen. Und zwar, genau, also erstmal Abo-Special. Dann kommt natürlich, also das ist hier sozusagen eigentlich das Abo-Special. Genau, also habe ich hier jetzt mitgebracht. Und auch ein, ähm, sozusagen auch ein, ähm, also es wird heute Freitag, äh, diesen Freitag noch ein richtig cooles Video kommen. Weil ich da Geburtstag habe, werde ich euch zeigen, was ich für Geschenke bekommen habe. Genau, und schreibt mal gerne rein, ob ihr wissen wollt, was es hier alles so Geiles gibt. So, als erstes erstmal für das Abo-Special. Ich habe hier die 100 Abonnenten erreicht und ich danke euch allen. Äh, vielen, vielen Dank dafür, dass wir das erreicht haben. Ähm, ja, also, was ich jetzt machen wollte, ist, ich verlinke euch unten Discord. Ich schreibe meinen Discord-Namen, blende ich euch mal hier runtergesetzt, weil jetzt da so Leute kamen, so richtige Bastarde. Okay, auf jeden Fall, ähm, ja, also ich werde euch Discord unten verlinken. Und ich werde euch auch noch meinen Namertag, äh, jetzt hier einblenden. Zack, ähm, genau. Ja, dann müsst ihr mich adden, äh, eine Freundschaftsanfrage schicken. Äh, ich nehme sie natürlich an. Und dann müsst ihr mir eine nette, nette Sache schreiben per Discord. Und wenn ihr das gemacht habt, dann müsst... Ja! Nein! Ich zeige euch! Ihr seht schon, wie lästig die sind. Also, ähm, ja, ich werde euch unten Discord verlinken. Und ihr müsst mir eine nette Sache schreiben per Discord. Und ich suche die netteste Sache raus und dann darf derjenige, der das gemacht hat, mit mir ein Video mitnehmen. Und danke auch nochmal, ich will einen großen Dank aussprechen an meinen YouTube-Partner, den ich euch unten verlinke. äh, Alexander L.P. Und... ein großes Dank auch an 07 Brawl, den ich auch euch unten verlinke. Ein sehr netter Mensch. Schaut bei den beiden gerne vorbei. Äh, ich danke nochmal für die 100 Abonnenten. Und natürlich auch danke Luis Lindner. Danke Lena. Und danke Sally BVB, dass ihr mich so hat mit dem Moderator supportet. Auch Lena, vielen, vielen Dank für diese geilen Nachrichten, die ich ihr anpinnen kann. Vielen, vielen Dank. Und ja, schaut gerne nochmal bei meinem Q&A-Video vorbei. Ähm, da könnt ihr jetzt gerne nochmal Fragen drunter schreiben. Werde ich euch jetzt auch nochmal verlinken. Also, bleibt gesund. Danke für die 100 Abonnenten. Danke für diesen coolen Support. Vielen, vielen Dank. Und ciao. Vielen, vielen Dank.